Die Hintergründe sind noch völlig unklar. In einem Regionalzug ist am Nachmittag ein Mann in Schleswig-Holstein mit einem Messer auf Mitreisende losgegangen. Dabei wurden nach Polizeiangaben 2 Menschen getötet und mehrere verletzt. Die Tat ereignete sich in einem Zug von Kiel nach Hamburg um etwa 15 Uhr, kurz vor dem Bahnhof Brockstedt. Dort konnte die Polizei den Mann auch festnehmen. Die Lage, so hieß es, sei noch unübersichtlich. Und wir fragen nach bei Marie-Louise Bram in Kiel. Welche Informationen haben Sie? Was ist da passiert? Ja, Sie sagen es bereits. Die Lage ist in der Tat noch sehr unübersichtlich. Und minütlich kommen hier neue Informationen zu uns rein. Es soll in der Tat so gewesen sein, dass dieser Regionalexpress zwischen Hamburg und Kiel unterwegs war und der Mann kurz vor Brockstedt gegen 15 Uhr dann auf andere Fahrgäste eingestochen hat. Die Polizei konnte diesen Mann dann festnehmen am Bahnhof in Brockstedt. Es soll sich um einen 20- bis 30-Jährigen handeln. So viel scheint derzeit bekannt. Und der Bahnverkehr ist selbstverständlich komplett eingestellt worden. Brockstedt liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen Hamburg und Kiel. Und dieser Regionalexpress ist in der Regel wirklich auch gut befüllt. Was hören Sie über die Opfer dieses Angriffs in Brockstedt? Auch da gibt es verschiedene Angaben. Bislang, auch die Innenministerin sprach von fünf Verletzten und von zwei Toten. Wir haben jetzt gerade Informationen erhalten, wonach es offenbar sieben Verletzte gab. Und zwar drei Schwerverletzte und vier Leichtverletzte. In welchem Zustand sie sich befinden, ist völlig unklar. Und genauso ist auch noch unklar die Hintergründe dieser Tat oder welches Motiv der Täter gehabt haben könnte. Der Bahnverkehr ist, wie gesagt, auf dieser Strecke jetzt auch erst mal komplett eingestellt. Danke, Marie-Louise Brahm. Über die weiteren Entwicklungen nach der Messeattacke halten wir Sie, liebe Zuschauer, auch bei Tagesschau 24 auf dem Laufenden. Vielen Dank.